Jo Leute, was geht? Willkommen zu Xenoblades, Folge 35 müsste es sein. Und mich wurde darauf auch vermerksam gemacht, dass ich eine Katzee nicht gesehen habe. Die werden wir jetzt erst mal nachholen. Einmal speichern und dann zum Titelbildschirm. Da kann man sich nämlich alle Katzee nochmal angucken. Und die Katzee soll heißen Eclipse Homecoming. Ey, hör auf Billy. Ich will darüber nicht sprechen. Ich will darüber nicht sprechen. Welche wird es wohl sein? Das ist doch eine Haupthandlung. Also kann es eigentlich nur die sein? Ne. Und die habe ich auch gesehen. Und die habe ich auch gesehen. Kapitel 5 Hallo Tatiha Naja, ich weiß, Billy. Scheiß drauf. Lass dich mir drüber reden. Scheiß drauf. War gestern. Letzte? Okay. Also die sollte es hier sein. Die habe ich nicht gesehen. Schauen wir mal. Gucken wir mal rein. Der habe ich tatsächlich übersprungen. Mir geht es sehr gut, Tatja. Danke der Nachfrage. Ich bin ein bisschen traurig wegen gestern, aber ist das halt so. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, dass du ein Problem in die Wurzeln hast. In dieser Stelle zu diesem Punkt. Oder was? Du hast dir selbst völlig verletzt, in deinem Leben? Knowing den extent der meine Macht. Du bist zu glöten? Wo ist Mio? Die Frau, du findest, ist in der Kette neben dir. Huh? Huh? Call out her name, why don't you? Your voice at least should reach. Oh, I see. You still cling to a sliver of hope. You recall? I wanted to stage a little side show. You're expecting applause. It's the homecoming. Huh? I'm glad you catch on quick. With the eclipse, one month from now, the girl will meet her long awaited end. Why don't we honor it at the castle? Make it a day to remember. Well, does that not please you? What a magnificent size will happen. What a magnificent size will happen. And you also. It's not so bad, as if you see it first before you know what happens. I will tell you something. But I wette, Tadja weint gleich. There is a circle of rebirth, yes. There is an exception. Those whose flame is snuffed out during a homecoming. Will not return. You monster! You monster! You monster! You monster! You monster! So weak! Amusingly so. Right now all of you put together don't have the strength of a single soldier. Not even these flimsy iron bars yield to your efforts. Try all you like. But you cannot escape. No amount of toil will help you there. You feel the anguish. Crippling despair. That is the hubris. Of fools who cling blindly to their hopes. Only to find them dashed on the rocks. Of dreamers crushed under the sheer weight of reality. Of abject failures. Bedi, hast du denn mal so durch die Thumbnails gescrollt gestern von den ganzen Folgen? Da habe ich mir voll Mühe gegeben auch noch. Ein paar bin ich richtig stolz drauf. Ich werde alle Bogen in meinem Körper schrauben. Das ist was es braucht. Just stop. Please. Leo. Are you okay? What? We're tough. When you like me? I'd love you. Don't worry about me. I'm totally fine. I've made. My peace. Even if I could never leave here. I'm content. I live on in others. Knowing that is enough for me. Ja und 15 Leute haben sich gedacht, oh dem entfolge ich jetzt erstmal. Ja Hab ich gefühlt wie FIFA Gaming Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Hey, warum denkst du es, dass sie wie Noah und Mia seien? Wie ich weiß. Wollt ihr fragen, wenn wir die Bucke, sind wir in diesen Kradeln wieder, oder? Vielleicht ist es... Für mich ist das nicht die Fake Mew, für mich ist die mit den langen Haaren die Fake Mew. Ist das überhaupt nicht möglich? Strange. Regardless, warum würde sie das tun? Was mögliche purpose könnte all this serve? Es ist fast... Wie sie mit uns spielen, nur für Kinks. Du weißt, sie haben alle so gemacht. Was für eine Frisur hat die, wenn sie die Leben auslachen, war es so, als ob sie es genießen würden. Ist das wirklich wahr? Hm? Hm? Aha. Hm? Es war natürlich, zu lachen, wenn glücklich. Und zwar, N hat Sadness in den Augen, es war. Wie Sparky hat er. Er ist Mobius. Was für eine Frisur hat die denn im zweiten Teil? Lange? Hm. Ich mag Juni ja eh mehr. Ja. Komm schon. Hm. War es überhaupt kein Punkt in all das? Und alles, was wir getan haben? Natürlich war es. Juli? Ja, ich weiß. Trotz der Flügel? Ja, die... Nerven. ... ... ... ... ... ... Eine Stunde. Ja, Tuki. Grüß dich. Die nennt ihre Mutter Bitch Queen. Ach, Beri. Du spielst doch E-DM bei W.O.W. Ey, kenn dich doch. Soll ich selber zocken wie ein Irrer? Wusste ich's doch. Ey, ich will auch wieder so ein Game haben, wo ich so reinsuchten kann. Elden Ring war geil, aber ich brauch was Neues. Ach guck mal, das haben wir alles gar nicht gesehen. Vielleicht wird PSO2 so ein Game, wo ich wieder richtig reinsuchten kann. Mal schauen. Das wäre bestimmt auch was für Erlanger. PSO2. Das klingt ja viel. Mit der Schulter gegen ne Wand zu kloppen. Ich will einfach nicht Xenoblade spielen. Scheiße. Ja. 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 Ich war's thirteen. Ja. Mhm. Da. Ja. 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 Die. Ja. Ja. Ich hätte gerne eine Vorspul-Funktion. Man kann ja nur überspringen. Ich würde aber gerne auch mal ein bisschen so durchskippen. Weißt du? Ach, ich hasse die. War eigentlich froh, dass sie tot ist. Ich habe ein bisschen Updates für dich. Das wird gut. Der Tag, wenn dein Freund departs dieses Welt. Was hast du gesagt? Homecoming? Das ist der Tag. Ich habe mich auch entschieden, dass ich mich selbst getötet habe. Shania, du Iris. Ja. Das hier ist eine Wahrheit, dass ich in ihren Rang. Und dein kleiner Freund wird von diesem Welt. Boah, verdammt. Hasseli. Oh, beautiful. I hope I can make that face, too. When I meet my enemies on the battlefield. Piss off. Oh, don't you worry. I'll be gone soon. Pretty much as soon as your friend will. It was so obvious looking back. I knew that something was off about her. I knew deep down. I just... I didn't want to believe that we were the same. You're not the same. Oh, du erwartest zu viel, Bedi. Du bist aus uns Pokémon gewöhnt. Wo gar nichts passt. Du hast uns hier geholfen geholfen. Aber du wirst noch fallen. Sometimes... Du kannst wirklich schwer sein. Ich denke... Das ist, warum du immer so hungry bist. Du wirst immer mehr streiten. Ja. Komm jetzt. Ich weiß, du hast so viele Leben geholfen. Ich denke, wir haben alle das gesehen. Ja. Ja. Ich weiß. Ich sehe es jetzt. Für das, was das Xenoblade-Game ist, ist die Grafik schon gut. Wenn selbst Erlanger das sagt, und der ist die größte Grafik-Bitch, die ich kenne. Wenn du dem 2D sagst, rennt der schreiend weg. Und wenn du dem sagst 720p, fängt er an zu weinen. Der ist noch auf unserer Seite. Die Tage... Hab ich gesehen, Bailey. Hast du nicht Raids gemacht oder so? Hab ich gesehen. Warten wir mal ab, wie das neue Pokémon wird. Vielleicht wird das ja ganz cool. Ich befürchte zwar, dass das kacke wird, aber... warten wir mal ab. Wir haben uns nie mehr erreicht. Wir haben uns nie mehr erreicht. Du weißt... Ich dachte... ... 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 Du spielst das Game aber auch immer noch, obwohl du die Story schon längst durch hast. Es liegt nicht nur an der Story, sonst hättest du nach der Story aufgehört. Es ist kalt, oder? Kein Mond. Aber die Starlight ist so schön und warm. Hallo. Hallo, Amorelli. Herr Erlanger, hast du die X-Juwelen eigentlich komplett gefahnt, oder hast du goldene Noppermünzen benutzt? Mir geht es sehr gut. Ja. Ich werde das korrigieren. Jetzt... Am Rallye hast du irgendwie Urlaub, oder so? Oh, ja. Entschuldigung. Ich glaube, ich fühlte, dass... Und wie hast du rausbekommen, Erlanger, wo es diese Teile gibt, die du fahren musst? Hast du das ergoogelt irgendwo, oder musstest du tatsächlich selber suchen in dieser Riesenwelt? Ja, du hast Urlaub. Wie lange denn noch? Ich muss sagen, dass es für nichts war. Du hast mein Leben, Noah. Das ist jetzt klar. Mio... Dein Gedächtnis? Hör auf. Montag muss wieder los? Oh man, ey. Du bist echt crazy. Ich weiß gar nicht, ob ich Bock habe, das komplett zu fahren, aber... Macht ein Juwel auf 8 und 9 so einen großen Unterschied zu einem 10er-Juwel? Ich würde gerne spenden das Zeit mit meinem Noah. Und da ist es extrem spüren. Mhm. Hm. Ja, deine Mio hat irgendwie 70% Blockchance. Oh, Blockrate. So, ne? Jetzt checkt man auch, wieso die auf einmal da waren. Ich habe auch nicht verstanden, wieso der auf einmal da war. Das ist ja auch wieder ein Roboter, ne? Queen Nia! Queen Nia! 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 Skoppel, hatten wir nicht letztens ein Raid von einer Nia? renovation und schon alleine, um... Möchtest du in Agnes niemals als 999-uhl- героin? Nia! Leben Prince House, ja. Es ist ein auswählter Tag. Ich glaube, das ist deine Sicht. Aber für mich ist es ein Tag, der mit Herz hat. Ich wünsche mir nichts mehr als die sicherheitliche Rückkehr der ganzen Leben, die ich von mir war. Das ist meine eternale Hoffnung. Das ist die Elaborante Produktion. Fahne, ein Puppet auf dem Display. Assuming Monika's intel was true. Es hat alles so sinnvoll in der Kampf für das Ding. Sie ist eine Föhnung, das ist das, was sie ist. Auch wenn es sie in der Füße da ist, wird sie aus der High Horse. Du denkst, dass sie uns auch nachher tun werden? Ja, so. Also, es ist zurück in der Cycle. Back into the same old crap again. Wish we could have gone a little further. Same here. The keys in Gondos are now. I think we've done enough. Yeah, we've passed the torch. Now, it's up to the city. Shut up! Keep it quiet! As she now retains to me. Ad perpetuum rei memoriam. Each half wants... What do you have to say? Noa, du bist jetzt? Ich will nicht, du bist. Aber wir sind hier verletzt. Unsere Bläden. Ich glaube, dass sie in der Ruhe gehen können. Natürlich, Noa ist verletzt. Noah hat noch nicht versucht, die Glückwunsch 7 zu erzeugen. Huh? Erinnerst du? Als Riku gefordert Riku? Als er braucht die Wahrheit, die Schwung erzeugt. Ja. Erinnerst du es. Heute ist ein Tag des Neues. Selbst auf der Ebene, auf der Fülle, muss man niemals geben. Riku... Mimi! Mio! Ist das ein Hamster? Mio! Du meinst jetzt mal dieser... Juwel auf ihrer Brust würde irgendwann mal wichtig werden. Bisher ist er noch nicht wichtig geworden. Okay. Ist das nicht deine Rolle? Ist sie nicht deine Mia? Ist das nicht deine Rolle? Es hat Spaß gemacht, Noah. Mia! Mia! ... Herzlichen Glückwunsch. ... Es hat gesagt, it was fun, also eher, es war witzig, es hat Spaß gemacht. Also, Bailey, keine Sorge, die Cutscene ging nur 25 Minuten. Aber wie sich jetzt jeder von ihr verabschiedet hat, das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Aber bestimmt gequatscht. Jetzt geht es endlich weiter. Aua. Wie ist der Tonskoppel? Erlanger, ist es eigentlich wichtig, dass ich jede Sprechblase, die einen Stern hat, anspreche? Ah ja, die danach, die haben wir ja gesehen. Ich wollte Zeit, um zu stehen, mehr als alles. Ich fühle mich komplett Powerless. Ich wünschte, Zeit würde weiter. Wenn der Moment hätte lange dauern, hätten wir... Ich wünschte, die Unthinkable. Just wie N. Ich bin genau wie ihn. Dann schon krass. Ich habe das Gefühl, dass du da M da war. Du hast mich geholfen. Vielleicht ist das eine Schreie, um es zu sagen. In jedem Fall, ich habe das alles nicht. Ich habe versucht, dass ich mein Bestes nicht mehr schlagen kann. Ich kann mich nicht mehr schlagen. Wenn jemand mir überrascht hat, dann hätte ich alles auf den Platz gewonnen. Aber ich habe Gefühle. Ich kann sie einfach einfach nicht verlettern. Und dann gehen Sie zu weinen. Sie fühlen Sie? Sie wollte Ihnen alles, was Sie wussten über N. Um uns zu helfen. Um diese Möbius-Kurse zu lösen. Um zu verlieren und zu verlieren und immer wieder zurückzukehren. Auch in den Gefahr. Sie wollte Sie haben die Kraft, um die Gefahr zu verlettern. Sie hatte sicher eine große Hoffnung in mir. Sie glaubte, dass wenn irgendjemand in der Welt es möglich hätte, es wäre Sie. Deshalb hat sie unsere Wille verabschiedet, sodass wir unsere Zielgruppe funktionieren können. Deswegen hat sie darüber gesagt, es war Spaß. Sie sagten, es war Spaß. Aber es war nicht Sie. Es war M. Ich glaube, dass sie das bedeutet. Es war kurz, aber... Ich bin jetzt derjenige. Sie mit meinen Gedanken zu Ihnen. Und Sie von Ihnen bekommen. Sie war... Er 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 war... Er... Er... Er war... Er war... Er war... Er war... Er war... Er war... Er... Ich bin jetzt 62... Ist der letzte Bus denn Z? Oder kämpft man gegen Z gar nicht. kurz gucken was es hier gibt welches level hat der 51 noch ein paar münzen nämlich mit pusshands Hallo Lea, ich habe gerade auf Discord gesehen, dass du geschrieben hast. Wie geht es dir Lea, wie war die Arbeit? War aber gut. Ja. Yay, 4 Noppermünzen, das ist gut. Ja. Wo bin ich eigentlich? Münzen in Käppen bei 99, ich habe 88. Aber ich habe glaube ich 99 Aether. Ne 77, gleich mal wieder ein bisschen was abzapfen hier. Wir sind was zapfen von dem Juden Zeug. Mir geht es gut Lea. Mir geht es gut. Mir ging es. Na, es ging mir bis mittags schlecht wegen dem scheiß YouTube aber sonst gut. Das wird YouTube hat mich echt ein bisschen gebrochen. Echt. Hier. Ja. 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 Es gibt keine Leben im Inneren. Du musst es in sie selbst breathieren. Leben von den Menschen der Stadt. Du willst mir enden alle von ihnen? Warum die Hesitation? Existing in this place is by itself a result of your own choices. You are the one who chose the Endless now, are you not? Your response should already be predetermined. Such a shame. Wait, please! Erlanger würde bis in alle Ewigkeiten über den rechten Weg nehmen. Ne Erlanger? Scheiß auf alles. Filme rechts. Nichts? What? In exchange for the least of life they would get as Mobius. Z ordered End to kill the city's people. Domino ein. Alter… Die leben ja schon ewig, was do you know. Spiele mich, ich zeige mir warum! Ich wollte mich nicht mehr verlieren. Eigentlich nicht mehr. Es�� geflohltmittelmittel. Wollen wir zu viel für mich? Ich muss ehrlich sagen... Jetzt können wir immer noch leben. Aber der Zukunft wurde vor dem Zeitpunkt geöffnet. Und... Ich kann sogar nicht wegwerfen. Danke für den Blick. Danke für den Blick. Die Dinge waren wichtig für ihn. Impossible. Wie kann man sich zwischen ihnen entscheiden? Wahrscheinlich, er konnte nicht... ... das machen. Und zwar... ... er hat eine Wahl gemacht. Niemand kann ihn wirklich verletzen... ... auf die Dinge, die er getan hat. Unfall. Die Intenungen, die sie hinterlassen... ... haben sie uns verändert. Ich könnte meins auch nicht schreiben, Nobu. Aber trotzdem... ... sie war schreit. Wir müssen Dinge ändern. Ja. Und diese Zeit... ... wird er zufrieden. Also ist es. Unser Ziel. Entstanden? Ja. Er kann nicht davon ausgehen. Und ich fühle mich nicht... ... sehr vergeben. Aber Leute... ... jetzt wissen wir, dass es ein größeres Schmerz hinter diesem Schmerz... ... ist Zed. Und... ... machen jemanden... ... das impossible... ... ist so kruel. Ey, Genozid oder Mio? Ja, so muss es sehen. Wäre bestimmt nicht der erste Mann, der so entscheidet... ... für eine Frau. Ja. 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 60 Jahre. So sieht der auch aus, ey. Wo soll ich hin? Schloss Agnus um Land. Da hin? Ja. Ja. Es fühlt sich an, dass wir weniger Angst haben. Ja, stimmt. Sie sollten jetzt beginnen mit den Verpackungen beginnen. Nicht was ich, was ich hatte. Ich hatte das ganze Thema. Mio, das stimmt. Genau. In dem Moment, alles fühlte sich so unerhöhlich, dass es schlug. Es gab keine Dinge, die ich konnte. Aber es hat immer funktioniert, richtig? Hm. Dank an all of you, dass du da bist. Ah! Was? Ich bin froh, dass du diese Worte nicht schluckst. Ja, natürlich nicht. Ich kann ein paar Emotionen expressieren. Es muss eine Grund, dass wir uns treffen. Hm? Was? Es ist etwas, was Noah sagte einmal. Und du hast eine Grund? Wir haben gesehen, nur ein Worte. Es ist wahr. Aber wir haben noch ein Weg zu gehen. Das ist nicht knappe der Ende. Keine Rest für Auroboros. Es ist zumindest eine Ausstellung. Wir haben uns selbst eine Ausstellung. Oh, es wird irgendwie funktioniert. Uni? Ich fühle mich eine Strecke von Optimismus? Ich dachte, du warst ein, um die Details ein bisschen mehr zu beschäftigen. Jetzt habe ich einen Strecke von mir. Also... Oh. Was? Und wer das dann? Das wird mein Geheimnis sein. Gut. Bew Angeles. Mit dem Fred? Ich bin jetzt gerade im Gesicht. Ich bin jetzt gerade mal drin. Ich bin jetzt plastic. Ich bin jetzt gerade drin. Ich bin jetzt gerade drin. Wir haben Zeit für zurück. wir sind lange zurückz ώrechen. Wir haben jetzt noch eine Gänze. Wir haben jetzt noch Zeit, Wir werden sicher, Wir sind die Zeit. Das war's für heute. Ich kann es nicht entscheiden. Ich kann es nicht entscheiden. Muss ich es oder einfach es verlassen? Warum fragen? Mach es was du möchtest. Du musst es halten, es wäre eine schade. Also, dieses Körper ist mir gegründet, was ich von meiner anderen selbst, richtig? Ich weiß nicht, ob es für mich einfach... ...schnitzel. Ja, das ist eine große Frage, sicher. Hmm. Der Hör nicht... ...ein mir... Aber es ist... Es ist was? Es ist so eine Schade in die Arse zu machen. Huh? Was? Ich kann es nicht so gut mit dem. Wie kann sie immer helfen? Das Wachen dauert Jahre, und die Bedeutung ist ein Schmerz. Und nicht mich auf die Latrine. Woah. Sag nicht mehr, Liebe. Oh, Mimi. So, was du denkst? Uh... Well... Schau, warum hast du nur gefragt, Noah? Das hat nichts zu tun mit ihm. Es ist mein Problem, und mein allein. So, ist es nur... ... dass... ... dass du... ...möglichst? Ich würde auch ein Ja. Hmm. Hmm. Right, dann. Let's sort this out. We'll decide for you, if you want. But afterwards, you better not come crying. Got it? Hm! I won't. I won't. The Cloud Keep, you say. Yes. It's where the Queen of Agnes lies sleeping. Klapp's here. Haha. Klapp's here. Hey Leute, wir gucken gleich eine Stunde Cutscene. Sie will auch mal wieder hier ein bisschen gamen. Ah. You could throw yourself off, but it wouldn't be enough. Such is the fate of a Mobius. You should know by now. It's you. We've met before, when you were still human. Your Majesty, my Queen. I will go to sleep for a good long time indeed. That should keep me out of Zed's claws. Take this. Whenever it is I wake up again, the world will be ripe for a change. Until that time, keep it safe. You should give it to those who deserve it. How will I know who? They'll come before you. Of that I have no doubt. But why choose me? Because you, nay. The two of you one day, you will certainly meet your true selves. Our true selves. Our true selves. I must say, I'm surprised by the location. It's right in the vicinity of Gamma and Nine. How has it escaped detection for all this time? The area around the keep, it's absolutely swimming with black fog. And there's optic camouflage on the structure itself. So that'll be why. Is that all from Em's memories? Hmm. All stuff she passed on to me. Crazy. Kondo, you knew Em? Yes. From a pretty long way back. She's the one who gave me that bloody thing in the first place. You know, the only one. You scared me. Who's the one who has the last one? You know what? I like him. I don't think I like him. I'm trying to ride around the ship. I'm trying to ride around the ship. I see him. I don't know. I know. Ich denke da auch die ganze Zeit dran. Wo war Gondor? Gondor wird uns nicht helfen. Aber wir können nicht nur aufhören, okay? Ja, definitiv. Ähm, Leute? Mhm. Es gibt einen Ort, außerhalb der Cloud Keep, wo ich wirklich muss gehen. Wirklich? Es scheint, dass du ziemlich verletzt bist. Bist du sicher, dass es wirklich so wichtig ist? Es ist die Kolonie Omega. Omega? Was? Nein, warte! Es ist noch da? Woher? Die Kolonie, in der ich mit Miabe war. Es war unter dem Kontrollen von Mobius Y. Ich lerne etwas wichtiges aus dem anderen mich. Miabe ist... immer noch alive. Diese Miabe? Sie ist sicherlich sehr wichtig für dich, dann. Ich bin froh, dass ich die Entscheidung für dich verletzt bin. Ich bin froh. 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 Um Omega. Wenn Mio sagt, dass sie da muss, dann werden wir da. Wir werden. Wir machen es eine große Priorität. Danke, Noah. Ich bin froh. 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 Erhaben, Ich bin froh. Et adapte mich für mich etwas Missiles. not вариант mit dem Gebränger, selbst R incidents Untertitelung des ZDF, 2020 Was ich auch nicht verstehe ist, manche Kolonien haben Zahlen und manche haben Gamma oder so einen Namen. Verstehe nicht. Danke Herr Ardanger. Danke Herr Ardanger. Also wenn es um Spiele geht, was er gespielt hat, kannst du ihn alles fragen. Der weiß alles. Er Ardanger wäre mit seinem Gedächtnis eigentlich perfekt für Wer wird Millionär. Hast du auch schon mal dran gedacht? Ich muss sagen, das hier wirklich soothe dich, Mimi. Danke. Ich dachte, es fühlt sich strange an zuerst, aber es ist eigentlich ziemlich okay. So, ich habe es einfach rausgebracht. No, I mean Lucky 7. Hm. Well, seem like it. It's not changed one bit. Well, obviously. Shape just cosmetic. Pardon? People and Ouroboros also not change. Before Paul III, Mobius' power not affect it either. Right. Hm. Lucky is simple contraption. What actually matter, Noah? The will of the wielder. If understand, then why ask? Just who are you? Riku, just Riku. Common variety Nopon. And how's a common Nopon get his wings on this? As said, receive from Masterpon to keep safe. Really? What Noah possibly think? Riku mustered up some big fancy lie? What did Riku say funny? Nop, all good. We'll say I believe you. Meh, meh. Riku bothered by that wording. Don't worry. I think I get it now. Oh? Nonetheless, Lucky 7 is something we'll have to cherish as we go on. Riku, thank you a lot. Aber der hat eine geile Friese, der Riku. Alter, was ist denn hier heute los? Eine Katzchen jagt die nächste. Oh, das ist der dicke Affe. Und der mit dem Feuerarm. Finger, Feuerarm. Marvellous. Deft motions with nearest sign of hesitation. The footwork, remarkable. The especially. Oh, how gladdened I am to have awoken thee. Miabe, my most valuable puppet. Guide them forth with thy inimitable melody. These waves, these immaculate strays. Amen. 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 Hey, wo denn? Haben wir ein Fragezeichen? Nein. Ich hab gesagt ETHIA, bin ich blöd? Hier ist aber nix. Da kommst du nur über das Schloss hin. Okay. Hier war das, ne? Die nächste Katze kommt bestimmt gleich. Ich glaub Aura. Ich wollte das Fragezeichen hier noch schneller machen. Ich kann noch mit dir ja kvast noch da. Oh, so that's how they're doing. Hey, ich bin verwirrt. Sagt ja doch ETHIA. Ich bin verwirrt. Hä? Muss ich hin, Erlanger? Hä? Wie soll ich denn da oben hinkommen? Ich telekortiere dich zum Knast und folge dem Weg. Straflager, ne? Gesperrt. Du darfst nicht vergessen, ich hab kein fotografisches Gedächtnis, ne? Das hier. Das hier. Mulus landet. Ne, da bin ich ja gerade gewesen. Knast, hier steht nirgends wo Knast. Hier steht nirgends wo Knast. Dann Agnos Schloss. Brichtplatz? Ne. Hier war ich doch gerade. Hier bin ich doch geflogen. Nimm die Fähre. Schloss Agnos Umland. Und nimm die Fähre. Hier ist ne Fähre. Hier ist ne Fähre. Hier ist die ATIA region. Das ist ein gutes Einzimmer. Und dann ist die Fähre. Und dann geht es um den Cloud-Key. Das ist ein Ionios-Trotting-Adventur. Topografische Info-Updäte. Wer ein Cut-Scenes vermisst hat, hier kommt die nächste. Wow, eine schöne, Mimi! Was ist das, Mimi? Obby, sollte man sich in der Basis nicht schlafen. 20 Kilometer für die Kolonie, und die Zeit. Ein Offsieher? Wirklich? Das stimmt. Aber warum? Ich war in der Kategorie in allen Kategorien. Es ist fertig. Aber Herr... Entschuldigung! Meine Abbey? Seit dem Zeitpunkt, betrachten Sie sich unsere Oficialen Kolonie-Theta-Offseers. Aber Kommander... Entschuldigung, diese Entscheidung ist final. Ja, Erlanger, so geht es mir ganz, ganz oft leider. Für mich ist genau andersrum. Das ist so nervig. Ich glaube. Also du kannst es spielen. Mehr oder weniger. Das ist so cool. Und dein Teil ist so viel schwieriger als meine. Ich habe versucht, aber ich bin ein bisschen mit dem Start des 12. Bar. Können wir es bitte einfach einfach verlassen? Oh. Wir spielen morgen. Ich will es einfach nur mit. Du... Du bist richtig, ja. Entschuldigung. Ah. Gut dann. Die Sotte sind ja wie da keine Lippen. Wo ist da eigentlich? Skoppel. Shall we go, Mia? Da ist er doch. Ey, darf ich jetzt auch mal ein bisschen spielen? Nehm Handlung Mio. Och ne, das heißt Miyabi... Miyabi? Miyabi wird ein Held? Ist sie wichtig? Oder soll ich einfach drauf kacken? Erlanger. Und die Haupthandlung weitermachen. Ich darf hier gar nicht mehr spielen. Seit anderthalb Stunden will ich spielen und ich darf nicht spielen. Ich musste ja die ganze Zeit einen Film gucken. Also sowas werde ich auch nicht mehr Let's Play im Stream. Das war aber das letzte Story-Game, was so viele Cutscenes hat, was ich spiele und streame. Guck mal, die flötet ohne den Mund aufzumachen. Ich weiß nicht, dass sie dich mit dem Klutz-Me-Abbe verbunden haben. Ich weiß nicht, was der Kommandor glaubte. At least, du hast es schnell gemacht. Es ist ein Risiko zu sterben, wenn du in der Rückführung bist. Nadia, wir warten für dich. Mission Briefing? Cool, da bist du da. Nachdem! Achso Engler, wください. Nachdem. Achso schwer. Das geht nicht, wird egal. Mach doch. Wir wollen da einfach. um einen anderen Tag? Komm schon, gehen wir zurück. Um ehrlich zu sein, haben wir heute gute Punkte gewonnen. Tally ist nächste Woche, was ist es? Also wieso die da flöten müssen, das habe ich auch noch nicht so ganz begriffen. Ich denke, es ist obvio. Wir können nur wirklich contribute... nach dem Todes. Nach dem Todes? Ist das einfach nicht sinnvoll? Wir könnten uns hier spielen, und niemand würde uns überhaupt sehen. Ist das richtig? Natürlich ist das! Mio, ist das warum du hier bist? Für die Erkenntnis? Für die Erkenntnis? Ist das warum du ein Ophi-Sehr bist? Für eine Erkenntnis? Nein, es ist einfach... ...Dur. Du weißt, ich bin eigentlich glücklich, dass ich ein Klapp-Bergebnis bin. Aber wieso muss dafür geflötet werden? Mio ist doch gerade auch... Verschwunden ohne Flöten, glaube ich. Oh, okay. Auch Respekt vor den Toten? Ja, keine Respekt. Die klauen doch die Leben, das ist kein Respekt. Das soll natürlich rumlaufen und die ganzen Leichen beklauen. Das ist natürlich. Wir alle von uns leben, um zu kämpfen. Du bist falsch. Du guckst ja gar keine Lippen. Wir kämpfen, um zu leben. Das ist alles. Mio? Hast du noch ein Motored-Light von einem Kabinett gefühlt? Das würde ich auch mehr fühlen als Flöten, oder? Sie sind das gleiche als wir. Auf der anderen Seite, die Leute leben, wovend die gleichen Dinge wie wir. Es ist ein schade. Still, wenn wir so leben, wenn wir so leben, wir leben, das wenig wir können, ist das. Ich glaube immer noch, dass es keine richtigen Menschen sind, sondern Scythe. die Menschen in der K-P-Light-Sex-A Nicht-A-Bock-Sex-A-Block, oder? Das ist eigentlich ein Schade-Block-Sex. Das ist ein Schade-Block-Sex-A-Block-Sex-A-Block. Das ist eine Schade-Block-Sex-A-Block. und das ist Ihnen, das ist für die Vorten-Block-Kleise Klone, ja. Machen wir während der Wett, ob ich heute noch zum Spielen kommen. Werde ich heute noch mal einen Kampf machen. Ich habe heute einen einzigen Kampf gemacht. Und das war dieses eine Kolonie-Ding für die vier Nockermünzen. Der nächste Kampf in der Stunde, ja. Hey bitte, bitte, bitte. Nächste Katzen gehe ich mir was zuerst machen. Ach guck mal hier ist ein Ding von uns. Ist heute bei dir zu essen? Keine Ahnung, ich mache mir gleich eine Pizza oder so. Meine Freundin ist heute lang weg. Ich muss mich also selber um mein Essen kümmern. Und ansonsten würde ich ein Katzchen sein. Das ist echt so. Hallo. Hallo Lobo. Hallo. 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 Hi. Hallo. ». Junnys Pose ist mir unangenehm. Ich fand die ganz gut. Wollte aber nichts sagen. Wollte aber nichts sagen. Guck mal, ich muss gar nicht gucken. Ich habe ja nichts eingesammelt. Ich durfte gar nicht spielen. Guck mal, ich habe 56 Goldene. Eine Achter könnte ich mir machen. Welche Achter sollte ich mir machen? Gems nur über Loot von Monstern. Da kommt demnächst, kommen höhere. Es kommen demnächst höhere Kanalpunkte. Gems nur über Loot von Monstern. Den Kram, den du unterwegs ansammelt, ist für Quests zum Kochen. Gems nur über Loot von Monstern. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Die Sache ist die, ich weiß halt nicht, welche Monster ich besiegen muss dann dafür. War klar, dass jetzt wieder eine Cutscene kommt. Kommt immer, wenn du über Nacht bist. Erlanger, habe ich Zeit, mir eine Pizza in den Ofen zu schieben? Ich hatte glimpsen, wenn wir interlinken. Aber was das alles bedeutet? Genau. Ich versuche. Sana, ist das okay? Kann ich? Ja. Ich habe keine Probleme mit dem. Du kannst sie sagen. Ich bin zwei Minuten zurück. 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 Bin hier? Ich bin zwei Minuten zurück. Warte. Alexa-Timer auf acht Minuten. Kommt aber gleich ein Boss. Na endlich. Mal wieder ein bisschen fighten. Miabbi. Danke. Miabbi! Ich... Ich könnte nichts machen. Ich muss demnächst ohne Cam einfach. Stream. So. Hört ihr nur meine Stimme. All that an officer ought to be. She put it in here. And she gave it to me. Trudia. Hero. I decided. I'll find it for myself. I'll leave my mark. On others and the world. This lifetime that Miabbi gave to me. I'll use it well. Yeah. I'll do it. 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 But the past can never be changed. But you can change who you are in the present. If I was stronger then. Like now. I might have been able to save everyone. Is it wrong to think that? Not at all. I feel you. I know I wish I'd been stronger. Back then. So yeah. I want to go back there. With that in mind. And now I have the chance. Mio. What kind of colony is this Omega? I never even knew it existed. Yeah. Our Sai didn't know about it either. We've got... What? 23 Agnian colonies and all? They go up to Sai. Good intel. Hey now! Don't go lumping me in with Lance. I took my education seriously. Ah, shut up. Don't flatter yourself. Colony Omega was an independent entity. It never engaged. The name it used was Agnian. But even that wasn't the whole truth. Omega's administrator was the Mobius Y. He was... Performing some kind of experiment there. Using us as guinea pigs. I don't know what he was doing. M wasn't believed on it either. All I can remember is... That oddly glowing... Violet flame clock. A colony that doesn't fight. Never knew that was even a thing. Why has restored it now? Colony Omega, I mean. You know this from M. Senna, anything to add? I don't really know much about it. The accident happened... Pretty soon after we were moved. I see. Omega's existence... The tests... It was all why. That's just... The Mobius he is. Oh. Moin Leo. Mimi. Remember? I'll go on the floor. Have you time? I could... ...be wrong? No. You're spot on. Good call Senna. I didn't think of that at all. Really? Ethel and Kamaravi had their lives taken. And in that accident... So were the whole colonies. Most likely... Why was... Running experiments that could potentially be fatal to us soldiers. And now that the colony is back... You're thinking... ...Miyabi's still in there. Yeah. That's why I have to go. To end this. He's toys with our lives as he pleases for long enough. Exactly. I'm with you. Let me go too. We're all going, I thought. Right? Yeah. Obviously. Let's go. Mio. To colony Omega. Everyone. Thank you. This time... I'll do the saving. The brilliance doth please. For ceaseless eons. We Mobius... Have abidden apace with this world. Yet withdrawn out abiding... Many lost sight of the pith thereof... Dissipating slowly, as doth the world. The brilliance of life is exigent. More dazzling than now. If we wish... To save the world. The new colony Omega is somewhere around here, right? They will have to do it any minute now. You have to do it any minute now. All this. And that's the most all the old men. This Mobius. It really is colony Omega. I'm happy. Alexa, aus. You can imagine what exactly they did. He's only one way to go to with. He's only one way to go to the end. Oh, come on. Ask yourself to come on. Let's go to the 50s. Who will keep me tight? I'll try again to reach. I'll do all the ranks. We'll try again. There's a lot of people. No way. I'm so sorry. I can't find them anymore. Die Säcke haben es da drauf. Das war's für heute! Das war's für heute! Jetzt sind wir mit dem Weg! Das war's für heute! Warte mal! Sie sind eine Verbesserung! Aber das ist einfach nicht möglich! Möglich oder nicht, das ist das, was wir jetzt mitbekommen haben. Wir müssen einfach adaptieren. Ungewöhnlich. Sie sind vielleicht mitbekommen. Hä? Wenn es, wie Mio gesagt hat, und sie haben ein Experiment aus Omega ... Diese Soldaten sind sicherlich eines der Ergebnisse. Kevis und Agnes. Welches Experiment könnte beide von ihnen enthalten? Aber ich weiß auch, die Antwort liegt vor. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Leute, liked das Video, bis zum nächsten Mal rein